Wenn ich mich doch den Tetsch mit drüberschne... Oh, der Arme! Er denkt sich so, ja, ich komm da jetzt. Hau und tanz. Ja. Nee. Nimm alles und wir gehen, by the way. Okay, ist da noch irgendwo was? Nee, wir gehen jetzt. Tschüss. Dann die Werkbank? Äh, ich hol sie. Los, los, los. Nächster Tor. Noch einer? Zwei Hits. Ich halte links. Sie halten mich. Hat noch Fetts. Nimm deine Amphi-Fetts. Ja. Komm dann mit. Wir müssen ein bisschen Zeug jobben. Wir müssen alles aussammeln von denen. Ich bin... Ich wurde gefinished. Ich bin gefinished. Ja, ich bin gefinished.